Hallo liebe Freunde der Eisenbahn, heute Folge 20 Transport Fever mit Jimmy, in der letzten Folge waren wir stehen geblieben beim Streckenbau nach Volkach raus in Wörth, da machen wir heute weiter. Vielen Dank. 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 Schauen wir mal, was wir im Angebot haben. Ja, warum nicht mal was russisches, 208 Meter, der passt in die Bahnhöfe, ja, so vorersetzen, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020